Aber ich habe ja schon oft über so ein Talk-Format nachgedacht. So ähnlich wie Varian das auch macht. Welche unfassbare Frechheit, dass ich da noch nicht eingeladen wurde, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber Spaß beiseite. So wirklich ein Talk-Format, wo ich gerne mal Leute interviewen würde, aber nicht so... Weiß ich nicht. Einerseits gibt es das schon so häufig. Aber ich glaube halt, ich könnte auch noch mal richtig gut mit den Leuten... Ich könnte noch mal anders mit den Leuten sprechen. Weil ich keine... Wie soll ich sagen? Ich habe wenige Barrieren. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin immer sehr direkt. Und ich glaube, das könnte interessant werden, wenn man mich auf die richtigen Leute loslässt. Keine Filter. Weil mir letztendlich ist mir immer schon egal, wie erfolgreich oder wie Celebrity oder berühmt jemand ist. Ich stelle die gleichen Fragen. Wenn jetzt der Kanzler vor mir sitzen würde, dann würde ich auch sagen, ganz ehrlich... Olaf. Du hast auch schon mal Haartransplantation in die Türkei gegoogelt. Gib's zu. Come on! We all did it! Ja stimmt, er kann sich nicht erinnern, wird er dann sagen. Da kann ich mich leider nicht dran erinnern. Und dann würde ich sagen... Herr Scholz, wie kann es eigentlich sein, dass Sie sich ständig nicht an Sachen erinnern? Bei mir weiß ich, woran es liegt. Aber ich habe Sie nicht als Kiffer eingeschätzt. Oh, Jesus. Ich könnte mir... Ach, ich hätte so Lust. Herr Schweiger. Herr Schweiger. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der ZEIT, oder was, die SZ? Ich weiß nicht mehr. Haben Sie gesagt, Sie würden gerne Jan Böhmermann aufs Maul hauen. Glauben Sie denn... Herr Schweiger, jetzt mal ganz im Ernst. Sie sehen jetzt auch nicht so aus, als ob Sie so richtig der krasse Fighter sind. Was ist denn, wenn Jan Böhmermann ihn aufs Maul dann haut? Das wäre ja super peinlich. Oder Stefan Raab präsentiert Jan Böhmermann gegen Til Schweiger Promi boxen. Holy shit. Wie viel Geld müsste man den Beteiligten zahlen, dass sie es machen? Was glaubt ihr? Til Schweiger wäre wahrscheinlich sofort dabei. Kostenlos. Aber wie viel müsste man Böhmi zahlen? Da müsste man schon eine sehr, sehr hohe Summe zahlen, damit Böhmi es macht. Meint ihr nicht, für 20 Millionen würde es Böhmermann machen? Für 20 Millionen? Come on. Für 20 Millionen und auch noch die Chance. Wenn du 20 Millionen kriegst, du kannst ja einen Teil des Geldes nehmen, um dir die besten Mixed Martial Artists irgendwie für ein paar Monate zu finanzieren, die dich trainieren. Und am Ende kriegst du, was weiß ich, 18 Millionen, abzüglich der 2 Millionen, die du in dein Trainingcamp gesteckt hast. 18 Millionen und kannst Til Schweiger aufs Maul hauen. Das klingt für mich nicht so schlecht. Gegen wen soll ich boxen, Leute? Für 20 Millionen. Gegen den Drachenlord? Simon, Nils. Also gegen Simon und Nils würde ich safe auch für weniger schon machen. Greta? Das ist kein Match. Das ist nicht spannend. Lars Eidinger? Stay? Oh ja, das würde ich machen. Aber auch da, da würde ich viel weniger. Würde ich viel... Oh, Christian Streich finde ich eine sehr gute Idee. Ich glaube, der würde mich fertig machen, Christian Streich. Der hat sowas... Christian Streich hat sowas, sowas Herbes, sowas Hartes, sowas Eingetrocknetes. Wisst ihr, was ich meine? So, so ne... Sowas rustikales... Ver... So, weiß ich nicht irgendwie. So, da muss ich an so Regionalliga-Altherren denken irgendwie so. Sowas Knorriges. Oh, Evil Jared wird schwer. Das ist eine ganz schöne Kante. Aurel Merz ist zwar sehr viel kleiner und schmächtiger als ich, aber ist ein Fighter. Aurel Merz kann fighten, glaube ich. Florentin? Ah, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, ein Lamer-Kampf. Florentin, da sehe ich nicht den Killer-Instinkt im Ring. Florentin würde sehr einfach stehen und sagen, komm, warum machen wir das jetzt hier? Das ist doch wirklich Quatsch. Jan Gustafsson. Ja, Jan Gustafsson. Habe ich tatsächlich ja... Würde ich lügen, wenn ich den Gedanken nicht auch schon ein paar Mal hatte. Nach Schachpartien. Jan Gustafsson ist natürlich groß und muskulös. Aber hat auch nicht so den Killer-Instinkt, glaube ich. Vincent Pfeffling. Das finde ich einen sehr schönen Vorschlag. Muss ich da jetzt hin? Und jetzt hauen wir uns erstmal ein Paffen. Es gibt Schachboxen, ja, ich weiß. Ich muss jetzt endlich mal dieses Format pitchen, das ich schon so lange machen will. Also eigentlich ist es kein großer Pitch. Eigentlich würde ich gerne weiterhin Outdoor-Moin-Moin mit Florentin machen. Nur deutschlandweit. Florentin und ich fahren durch Deutschland und checken ab, was es da so gibt. Das ist das Gesamt, das ist mein Elevator-Pitch. Wir fahren einfach entlang. Kennt ihr das, wenn ihr an der Autobahn fahrt? Ihr fahrt da so lang und dann sind da manchmal so Schilder und dann steht da irgendwie Barfuß-Museum. Oder weiß ich nicht, Panzermuseum oder weiß ich nicht, Lüneburgs längste Hecke oder irgendwie solche Sachen. Die stehen dann da manchmal so an der Autobahn wie so Sehenswürdigkeiten. Und dann fahren wir da einfach hin und gucken uns diese Hecke an.